Einen wunderschönen guten Bon Joao da draußen und zwar dachte ich mir, gebe ich euch heute mal wieder ein kleines Update-Video, was denn aktuell hier so los ist. Ja, was ist los? Was ist geschehen? Was war geschehen? Vielleicht haben es die einen oder anderen nicht mitbekommen. Ich war für zwei Wochen im Urlaub, davon war ich tatsächlich eine Woche lang weggefahren und heute ist Montag. Letztes Wochenende war der Berliner Steinewahn, da war ich zusammen mit der lieben Mipi und wir haben Mipis Modelle ausgestellt, also ich habe nichts ausgestellt, aber wir waren da. Viele nette Leute kennengelernt und getroffen, hat sehr viel Spaß gemacht. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben da bestimmt schon ein oder anderes gesehen. So, ich möchte euch aber ganz kurz ein Update geben, was jetzt so die nächsten Tage, Wochen, Monate passieren soll hier auf diesem Kanal und ja, ich versuche das möglichst strukturiert jetzt über die Bühne zu bringen. Die größte Neuerung, die es hier aktuell geben wird, die konnte schon bei dem einen oder anderen vielleicht in der Videobeschreibung entdeckt werden. Und zwar gibt es jetzt endlich, muss man ja schon fast sagen, ein Affiliate-Programm von Lucky Bricks. Die einen oder anderen werden es schon mitbekommen haben, dass ich für diesen Shop ganz gerne mal Werbung mache und dass ich mich mit denen so ein bisschen verpartnert habe. Und jetzt gibt es ein Affiliate-Programm. Affiliate-Programm, was heißt das ganz genau? Im Endeffekt habt ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu dem Shop. Wenn ihr diesen Link benutzt, um dort Produkte einzukaufen, dann bekomme ich dort eine kleine Provision. Das ist unter anderem auch der Grund, warum die Gutscheincodes, die ich vorher hatte, nicht mehr angeboten werden, weil das damals ja quasi so als Testlauf für dieses Affiliate-Programm gedacht war. Also, im Klartext, im Endeffekt, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, kauft gerne über diesen Affiliate-Link ein. Dann erhalte ich, wie gesagt, eine kleine Provision. Euch entstehen dadurch keine Mehrkosten. Nur die Gutscheincodes funktionieren jetzt nicht mehr. Aber macht auch nichts, weil Lucky Bricks sowieso eigentlich, zumindest bei den Neuheiten, grundsätzlich immer 15% unter UVP ist. Aber ich glaube, die UVPs kennen wir alle. Sollte euch also nicht stören, weil ihr das sowieso alle vergleicht. Kennen wir doch schon von euch. So, das zum Thema Affiliate-Link unten bei Lucky Bricks. Zweites Thema, Kanal unterstützen, also hat auch damit zu tun, die Kanal-Mitglieder, die ich aktuell habe, wissen da schon ein wenig mehr als ihr. Deswegen jetzt die Info an euch auch. Ich plane tatsächlich zum Jahreswechsel, also da haben wir noch ein bisschen Zeit zu, möchte ich gerne die Kanal-Mitgliedschaften noch einmal überarbeiten. Aktuell gibt es ja drei Ränge, wo ihr euch anmelden könnt und das möchte ich vereinfachen. Und es soll nur noch einen einzigen Rang geben, der zwar durchschnittlich ausgepreist ist, sagen wir es mal so. Also, da habe ich mich noch nicht so ganz festgelegt. Aber er soll auch neue Funktionen mitbringen und zwar unter anderem vorab Zugriff auf neue Videos. Und ja, das bedeutet, ich plane tatsächlich mehr Videos zu produzieren, beziehungsweise hoffe ich, dass ich das auch hinbekomme. Ich würde eigentlich ganz gerne so in den nächsten ein, zwei Monaten damit anfangen, dass ich halt quasi zum Start des neuen Jahres dann auch richtig was raushauen kann. Beziehungsweise halt einen kleinen Vorrat habe, dass ich halt immer so ein bisschen nach und nach die Videos rausschieben kann. Und genau, das zur Kanal-Mitgliedschaft. Neue Videos produzieren ist übrigens auch das nächste Stichwort. Selbstverständlich, ich habe es eben erwähnt, wir waren auf dem Steinebahn. Selbstverständlich wird es dafür auch ein Video geben. Ja, wie gesagt, er ist gestern zu Ende gegangen, heute ist Montag. Ich muss so in einer Dreiviertelstunde arbeiten gehen. Habe ich also noch nicht wirklich geschafft irgendwas. Ja, ich habe noch nicht mal die Daten übertragen. Also, es wird noch einen Moment dauern, aber ich bin dran. Ich arbeite dran. So, ja, wie gesagt, Steinebahn-Video soll kommen, wird kommen. Wann, legt mich nicht darauf fest. Ich bin etwas begrenzt mit meiner Freizeit. Aber wir schauen einfach mal, dass wir das demnächst raushauen. Vielleicht in ein, zwei Wochen. Versprechen möchte ich es nicht. Das letzte Steinebahn-Video hat ungefähr ein Jahr gedauert. Aber das kam genau richtig zum Start der Corona-Krise. Hattet ihr wenigstens was Hübsches zu gucken, was im letzten Jahr ja so alles ausgefallen ist. So, Stichwort Videos und Produktionen. Selbstverständlich, ihr könnt es auf dem Kanal schon sehen. Die nächsten drei Sonntags-Streams sind geplant. Erstmal gibt es City, da werden wir das Rescue-Set fertig bauen. Dann kommt natürlich der Publikumsliebling, der rote Kran, wieder zurück. Und Monkey Kid. Genau, in der Reihenfolge habe ich es aktuell geplant. Ich hoffe, ich kann das einhalten. Ich hoffe, es bleibt dabei alles. Meine Gäste werden wir sehen. Bei Technik ist natürlich klar, wird Juliane wieder dabei sein. Und die weiß darüber auch schon Bescheid über das Elend. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, wir sehen uns dann also am Sonntag wieder, wie gewohnt, hier auf diesem Kanal. So, ich glaube, das waren die Punkte, die ich ansprechen wollte. Achso, ja, ganz kurz, weil ich es gerade sehe. Ich habe meine Wand ein wenig redesignt. Es ist jetzt mehr Platz für neue Figuren und Steine. Da habe ich auch vom Steinewahn tatsächlich ein, zwei Sachen bekommen, die ich da noch anbauen möchte. Werdet ihr dann aber in den Livestreams oder in den nächsten Videos sehen. Ich wollte euch nur darauf hinweisen, nicht, dass ihr euch wundert, warum ist denn da plötzlich eine rote Platte? So, ja, wie gesagt, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch einen fantastischen Start in die Woche. Und wir sehen uns allerspätestens am Sonntag dann wieder. In diesem Sinne, macht es gut und ja, ich freue mich, dass ich wieder da bin. Wir sehen uns. Ciao, ciao.